So, dann schauen wir noch mal. Sinn of Damnation. Unknown Lifeforms. Vorletzte Mission. Sichere eine Probe von einer neuen Art des Genestealers für zukünftige Analysen. Das könnte jetzt... Sehr schön. Die Karte ist nahe, aber wir haben schwierige Beweise von einer gewählten Form von Genestealer, größer und schneller als ihre Kinn. Unsere Worte wird geformiert, um diese Lebensformen zu finden, und zurück mit einem Sample. Sergeant der Squad, akzeptiere Ihre Orden. Ein Squad wird genug. Du sollst hier die Terminatoren bewerben. Du sollst in der Mitte des Genes. Achtung. Deep scans indicate the target is in this area. Oh. Get the squad safely to the exit zone. You have been issued with portable power field generators to ensure your prey does not escape. Dann sollen wir sie einfangen oder zumindest eine Probe entnehmen. Ich hoffe mal, wir können das Ding umbringen und dann eine Probe entnehmen. Sonst haben wir ein Problem. Sonst müssten wir in den Nahkampf gehen und mit der Power Fist einmal reinhauen, ein bisschen was rausziehen und dann das Ding niederschießen, damit es uns nächste Runde nicht umspringt. Das ist, ja, unter diese Power Field Generators. Ich denke, die werden ähnlich funktionieren wie der psionische Wall, den man aufbauen kann. Nächste Frage. Er sagt, wir haben diese Power Generator bekommen, damit er nicht fliehen kann. Wie fliehen? Kann er jetzt einfach zu einem dieser Eingangspunkte laufen und ist dann weg? Ja, das wird sehr interessant. Vor allem sind ja auch so viele Gänge. Das heißt, es wird schwer zu sein, alles zu sichern. Ich gucke gerade mal. Der ganze Gang ist nur für den einen. Hier. Wenn wir hier hinten hinkommen und hier ein Stormboot dahin stellen würden, könnte er die ganze Reihe hier abdecken. Also drei Eingänge. Das Problem ist, er kann, wenn die hier durchhuschen wollen, nur einmal schießen. Es ist recht unerwartet, dass er alle erwischt. Aber so ein paar könnte er schon dezimieren. Und der Trupp wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eh schon im hinteren Bereich. Das heißt, es würden alle hier hinlaufen wollen. Na, okay, gucken wir mal. Librarians benutzen automatisch Psi-Punkte, um ihre Force-X zu benutzen, um einen garantierten Todeschlag zu landen. Das ist schick. Also die ultimative Nahkämpfer. Was dann sicher sehr gut ist. Aber wie ist das jetzt mit unserer Probe, die wir nehmen sollen? Wir müssen mal gucken. Und was sind das da für Dinge auf dem Foto? Sind das Eier? Also drum herum liegen Schädel, das sehe ich. Aber diese knubbeligen Dinger links und rechts. Die sehen nicht aus wie Eier, das sieht aus wie eine komische Maschine eher. Müssten wir vielleicht gerade auch sehen können. Scrollen wir gleich mal hin und gucken uns das genauer an. Vielleicht können wir auch schon gleich die Lebensform sehen. Ich weiß nicht, ob die ein Blip ist oder ob die schon aufgedeckt oder was weiß ich. Oh, wir haben nur einen Trupp. The Broodlord. Oh, Feuer. Der älteste und mächtigste Genestealer oder die ältesten und mächtigsten Genestealer sind bekannt als Broodlords. Noch gemeingefährlicher und intelligenter als ihresgleichen sind Broodlords extrem schwere Gegner. Wenn ein Genestealer Spieler oder KI einen Blip umdeckt mit einem Wert von 3, kann es statt einem 3er Trupp, also 3 einzelner Genestealer, auch einen Broodlord aufstellen. Im Nahkampf wirft der Broodlord 3 Würfel. Und der... Was? Also normalerweise haben Genestealer 2... Ich glaube 3 auch. Also er würfelt 3, aber er addiert den höchsten und den niedrigsten zusammen. Also sagen wir mal, wir haben eine 1, 3, 6, denn wäre sein Wurf eine 7. Was es normalerweise hier gar nicht gibt. Weil es hier nur 1 bis 6 ist. Und wenn er jetzt eine 2, 2, 5 hätte, würde er eine 7 würfelt. Also ja, der ist ziemlich garstig. Er ist immun gegen Feuer und Psychic Storm. So viel stärker hört er sich gar nicht an. Also mit einem Flammenwerfer ist es ein bisschen nervig natürlich, wenn man einen Flammenwerfer dabei hat. Aber da steht nicht, dass er irgendwie mehr Leben hat oder dergleichen oder schwieriger zu treffen ist. Weil meistens, wenn ein stinknormaler Genestealer rankommt, haben wir schon die Arschkarte. Da ist egal, ob wir mit einer 5 getötet werden oder mit einer 5 10. Aber gut, wir wollen da nachher raus. Sind das die Power-Generatoren? Ah, die sehen ein bisschen so aus, die Felder hier, als wenn die da irgendwas triggern könnten. Aber wer läuft vor oder wer läuft hinterher? Vor läuft mal der Psyoniker. Hinterher der Sergeant. Und... Clown-Tab. Wir haben keinen einzigen stinknormalen Storm-Bolder. Das ist... Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was hast du da Neues? Activate Power-Field-Generator. Oh. Ich... Ja, nö, will ich gar nicht. Warum haben die alle dieses komische Pfeil-Symbol da? Achso, das ist die Ausrüstung. Okay. Das heißt, wir können jetzt irgendwo hinlaufen und das Ding da hinbappen und da kommt da keiner raus? Okay. Du lauf mal da rum, du lauf mal da rum. So. Dahin, du hinterher. Dann hast du noch einen Punkt, um die Tür aufzumachen. Und wir haben noch 6 CP. Ja. Also wenn wir mit dem Generator wirklich einen Punkt blockieren... Der Punkt... Wenn wir den Punkt blockieren würden, könnten sie immer noch schräg rumlaufen. Aber wir könnten das da blockieren. Dann ist der ganze Eingang dicht zum Beispiel. Also... Ja, ich glaube, was mache ich. Mit dem Sergeant blockiere ich das da. Damit da keiner rauskommt. Und mit dem Sioniker blockiere ich das da. Das heißt, du gehst jetzt schon mal 3 vor. Und du gehst da schon mal 3 vor. So. In turn. Und jetzt gucken wir mal... Da ist noch ein... Ne, das ist doch kein 3er-Blib. Ja, wir wissen nicht, wann es ein 3er-Blib ist. Das ist das Problem. Und 1 CP. Nee, komm. Neu würfeln. Also du... Geh da hin. Mach die Tür auf und geh in Overwatch. So. Overwatch. Das wären die beiden Blibs. Solange es gut läuft. Solange es gut läuft. Und wenn es nicht gut läuft, benutzt einfach Psi, um sie zu töten. Das ist sehr praktisch. Äh... Du gehst... Da hin. Du läufst ihm hinterher. Ist okay. Du läufst ihm hinterher. Und du läufst auch dem Sarge hinterher, weil der Trupp hier allgemein ein Ticken schwächer ist. Jedenfalls gefühlt. Oh. Terminatoren kuscheln. Dreh dich mal da. Äh... Ja... Der wird jetzt näher rankommen. Ist okay. Den Weg können wir nur verblockieren mit Feuer. Und der schießt wieder oben weg. Jo. Entern. Das war ein Dreierblib. Da hätte also eigentlich auch ein Brutlord rauskommen können. Oh. Lade einmal. Noch eine Lade einmal. Wie? So. Da hat er jetzt... Jetzt zwei Psi-Points. Wie jetzt? Hat er zwei Psi-Punkte zu seiner Attacke hinzugepackt? Ah. Okay. Also der Genestealer würfelt. Unser Psyoniker würfelt. Und dann benutzt er so lange Psi-Punkte, bis er einen höheren Würfelwert hat. Das heißt, der musste gerade zwei Psi-Punkte aufwenden. Genau. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Äh... Schießen. Schießen. Ah. Sehr schön. Genau. Das war das Ganze gleich wesentlich angenehmer. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du gehst vor. Du gehst vor. Du gehst hinterher. Äh... Du, einer da. Könntest bald ein Problem werden. Warum siehst du durchgehend aus wie ein Brutelord? Bist du der richtige Brutelord? Oder... Cyclet das immer nur durch, wenn er geht? Ah ja. Cyclet hat dann durch. Okay. Ähm... Activate Force Field Generator. Das wollte ich ja ausprobieren. Klopp. Da. Aber... Wie jetzt? Ich glaube, es ist falsch rum. Aber... Gut. Äh... So. Du... Du kannst nicht in Overwatch gehen. Das heißt, du verbrennst einfach mal die Tür da hinten, dass keiner da durchkommt. Eins, zwei, drei, vier... Ja, mach mal. So. Gehst dann vor. Du gehst mal da lang. So, wir haben jetzt noch fünf CP über. Das heißt... Du... Gehst hier mal in Overwatch, weil ich mir sicher bin, ob man da durchschießen kann oder nicht. Das will ich testen. Mhm. Äh... Vier CP. Eins, zwei, drei, vier... Ja, geh du hier mal in Overwatch. So. In turn. Also ja, ich habe das dezente Gefühl, dass das Force Field da falsch rumsticht. Und da ist der Blutlord. Oh Gott. Ah... Sind ein paar viele. Wir sind dran. Okay, zwei CP ist mir zu wenig. Mehr. Jo. Also. Hm. Sehr schönes Bild. Hallo. Äh... Ich kann jetzt aber nicht auf ihn schießen. Nö. Ähm... Flammen machen bei ihm nichts. Und warte, da kommt gleich der nächste. Äh... Du hast die Tür aufgemacht. Nein, hast du nicht. Ja... Ne, geh doch mal. Da ist die Tür im Weg. Das ist eine echt verzückte Lage gerade. Also... Kann die Tür nicht aufschießen. Also müsste ich jetzt nochmal eine Feuerladung verbrauchen für da. Damit er nicht in den Rücken gedingst wird. Ssss... Ne, komm, warte. Äh... Weg. Du gehst aber mal... Stopp. Du gehst zurück. Gehst zurück. Und gehst in... Ha... Das ist jetzt echt doof. Also meine erste Idee war, ich gehe in Guard-Modus. Dann läuft er hier durch, greift ihn an. Und er hat wenigstens einigermaßen Überlebenschance. Weil Sergeant und Reroll durch Guard-Modus und so weiter. Weil wenn ich in Overwatch gehen würde, hätte er hier nur einen Schuss auf ihn. Und das klappt nicht. Das sehe ich jetzt irgendwie schon kommen. Äh... Eins, zwei, drei, vier... Ja, der muss auch zurückgehen. Haken ist halt nur, wenn er hier das da kaputt bekommt, dann bringt Guard-Modus gar nichts. Dann bräuchte er die drei Felder eher zum Schießen. Ja, also egal wie ich es mache, ist es vorbei. Außer ich gehe jetzt nochmal rückwärts und dann in Overwatch. Wobei ich dann nur einen Punkt hätte zum Neuwürfeln. Also zum Ladähemmung beheben. Und hier ist das nächste Problem. Also wir brauchen die Punkte. Ja, nee. Guard-Modus. Ja. 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 Ja.